Wer hat Gott gelästert? Was dürfen wir heute Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen, Ich bin nicht so schade, 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 Errpen sie aus in sein Angesicht Und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht Und sprachen Das ist ein Schub, das ist ein Schub, das ist ein Schub. Er hat ins Gubel schlagen, ein Heil und nicht getragen, zum Himmel zu gericht. Du bist ja nicht ein Sinne, wie ihn und uns vertriebe, von dieser Taten kannst du nicht. Petrus aber saß draußen im Palast und es trat zu ihm eine Magd und sprach, und du warst auch mit dem Jesus Galilean. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren. Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwur dazu, ich kenne des Menschen nicht.